Moin! Wie ich jetzt gerade hier auf Sport1 gelesen habe, wird Zlatan immer mit seine Verletzungspause gut nutzen. Und zwar, was wird er tun? Er wird beim Songfestival von Sanremo tatsächlich nicht nur dabei sein mit der Moderator, sondern auch Songs der 70er Jahre intonieren. Zlatan, geiler Kerl und ich bin einfach froh, dass ich dieses wunderbare Buch über dich machen durfte. Junge, hau rein, sing schön und Glück auf! Bis bald mal!